Adult Music, die Sendung mit DJ Taucher. Musik für die postpovertäre Generation der Liebhaber elektronischer Tanzmusik. Musik für die Sendung. 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 Ich sage zugleich noch ein allgemeines Wort über meine Kunst des Stils. Einen Zustand, eine innere Spannung von Pathos durch Zeichen, eingerechnet das Tempo dieser Zeichen, mitzuteilen. Das ist der Sinn jedes Stils. Alle Gesetze der Periode sind Kunst der Gebärde, nicht vergreift. Mein Instinkt ist hier unfehlbar. Ein guter Stil an sich, guter Stil an sich, eine reine Torheit, bloßer Idealismus, etwa wie das Schöne an sich, wie das Gute an sich, wie das Ding an sich. Immer noch vorausgesetzt, dass es Ohren gibt, dass es solche gibt, dass es solche gibt, dass es solche gibt, die eines gleichen Pathos fähig und würdig sind, dass die nicht fehlen, denen man sich mitteilen darf. Mein Zaratustra zum Beispiel sucht einstweilen noch mal solchen, ach, er wird noch lange zu suchen haben. Man muss dessen Wert sein, ihn zuhören. Und bis dahin wird es niemanden geben, der die Kunst hier verschwendet worden ist. Es hat nie jemand mehr von neuen, von unerhört und von wirklich erst dazugeschaffenen Kunstmitteln zu verschwenden gehabt. Dass dergleichen gerade in deutscher Sprache möglich war, blieb zu beweisen. Er selbst hätte es vorher am härtesten abgelehnt. Man weiß vor ihm nicht, was man mit der deutschen Sprache kann, was man überhaupt mit der Sprache kann. Die Kunst des großen Rüttens, der große Stil der Periode, zum Ausdruck eines ungeheuren Aufluchtmüttern, von Sublima, von übermenschlicher Eigenschaften, ist erst von mir entdeckt. Mit einem Ditorambus wie dem letzten des dritten Zarathustra, die sieben Siege überschrieben, flog ich tausend Meilen über das hinaus, was bisher preisen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020